ES-TV Videos aus der Region ES-TV Videos aus der Region ES-TV Videos aus der Region Ich habe die Jela getroffen, liebe Jela, was gefällt dir denn besonders hier am Christmas Garden heute? Die weihnachtliche Stimmung und hauptsächlich die Lichter, gerade die Lichter unten, die langen Lichterketten, die finde ich sehr, sehr schön. Die Tiere finde ich sehr, sehr schön, wie die mit dem Licht gestaltet sind. Und allgemein die winterliche Atmosphäre, vor allem wenn es schneit. Hatten Sie ein Highlight bisher, was Ihnen besonders gut gefallen hat, John? Eigentlich nicht. Eigentlich ist alles toll. Die ganze Beleuchtung sieht alles super aus und ist schön rundum. Das ist Ramona. Ramona, was gefällt euch denn besonders hier beim Christmas Garden? Einfach die weihnachtliche Stimmung, die Lichter, die Meere von Lichter und die romantische vorweihnachtliche Atmosphäre. Alle Menschen sind glücklich, entspannt und vergessen mal kurz den Alltag außenrum und das ist so wunderschön. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Hier wurde wirklich eine zauberhafte Welt geschaffen für groß und klein. Ich bin ganz begeistert und ihr habt noch bis zum 6. Januar Zeit den Christmas Garden hier in der Wilhelma in Stuttgart zu besuchen. Ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Spaß dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin macht es gut und eine besinnliche Adventszeit. Untertitelung. BR 2018